Hallo Leute, ja willkommen zu einem neuen Spiel. Ja es ist K-Story und ich habe gerade mit der Maus was gemacht, egal. Ja, es ist, was haben wir heute? Heute ist, heute ist, heute ist Mittwoch. Und es ist schön am Mittwochmorgen eine Runde aufzunehmen, ja. Wir nehmen K-Story auf. Ich bin gerade voll am Suchten. Und ja, von mir her. From somewhere a transmission. Das heißt, von irgendwo eine Übertragung. Ha ha ha. Connecting to network, logadon, executing chat all night blablabla. Ja okay, ich werde nicht alles vorlesen, nur das wichtige Zeug sein. Aber ja, und ich spiele da mit Xbox Controller. Gerade auf dem PC. Und ich glaube im Wii. mehr mehr. Und ich muss mich ein bisschen an die Stärken gewinnen. Ja. Ui, also okay, das sind wir. Wir können das Speichern und Leben auf... Mann, Leben aufhören. Das brauchen wir momentan gerade nicht. Das kann mir irgendwie vollkommen nicht vor, dass wir so voll langsam springen. Keine Ahnung wieso. Aber egal. Der Leben... Hrrn. Egal, wir können wieder aufladen. Gute Life Capsule. Ja, das ist eine Lebenskapsel. Dann bekommen wir... mehr Leben. Also können wir maximal Leben mehr haben. Blablabla. Zum Beispiel jetzt können wir 5 haben, äh ne, jetzt können wir 6 haben, vorhin counten wir nur 3, ich glaube maximal ist 30 oder 50, und ja, dann müssen wir rein, da kriegen wir auch unsere erste Waffe bei dem schlafenden Penner, schnorr, ich muss mal schauen, wie spät es ist, oh fuck, ok, so, nogginn in the chest, we have a ponler story, ahhhh and the first Waffe, so, Ähm, wieder von den Weiner gehört haben, Searching for user Sue, ja, Sue werden wir später noch, ähm, den, kennenlernen. So, please respond. They're looking for you. Are you asleep? Your brother is so lonely. Und dann eine Karte haben. Und noch mehr. Was? Noch mehr? Ja, noch viel mehr. Ja, die sind die so Gegner. Und die sind so. Sternen. Und die sind jetzt bei der Waffen. So eine gelbe Anzeige. Und das ist Level für die Waffen. Das heißt, je mehr Dreiecke wir kriegen, desto höre ich die Anzeige. Und unsere Verwaffen. Kann dann auch Level Ups kriegen. Also zum Beispiel bei dieser Waffe ist es jetzt. In Level 1 macht sie nur 1 Schatten. In Level 2 macht sie 2. Dann kommen auch 2 Strahlen und so. Und ja, dann werdet ihr noch alles weiter gesehen. Ich werde das nicht gerade spoilern. Obwohl es ist eigentlich nicht so wichtig. Und jetzt können wir das speichern. Bei jedem Speicherstand hat sie vor der Tür so ein Ding. So. Also, ich bin einfach mal'! Ja, ich habe ja auch nicht in ein Sprache Redo. Und hier sind die Aufstiegsache. Ah! Ja, weότεre du? Ja, ja. Ha! Ja, naja. Ah, naja. Aha!まぁ wie vielen Dank! Das-Geb-G stirbt! Ja. Ja, ja! Ich habe offensichtlich. Für die gibt es einen Namen, sonst habe ich vergessen, aber wir haben diese Level-Up und das ist hier bei der Tür so ein Auge, wir dürfen nicht hin, sonst sagen wir, jetzt dürfen wir, weil wir die Tür haben, jetzt kommt die da so sooo, answer me, I'm so hungry, there's nothing to eat and I've been on feeding, feeding Chagot, eh, Chagot, nein, Coco Crab, Allah if you have to prove, I really will, blah blah, so let's put in the ambition down, hand over the key, now I want, are you trying to protect Sue, she's a stranger, she's a stranger, she's a stranger, she's not one of, blah blah, she's a Ja, okay, los, ihr wisst, wie schlecht ich lese, oder ne, ich hasse zu lesen, ja, ich bin noch ein bisschen müde, nein, ich krank, jetzt können wir mit ihm sprechen, obwohl er noch nur pump, 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 und jetzt macht er, what, you're not an enemy? I'm king, ja, ja, scheiß, arrogant, memes, okay, los geht, weiter geht's, so, jetzt habe ich eigentlich keine Ahnung mehr, was ich machen muss, weil ich schon ziemlich lang nicht, äh, aber ich glaube, ich bin doch richtig, ja, ja, ich glaube schon, ja, ich glaube schon, ja, Fisch, ja, genau, wie im Dachrichtig, something like, you, so los, ich habe keine, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit, na, okay, ich bin eigentlich relativ zufrieden mit dir auch nur, wir sind ziemlich weit gekommen, so weit ist es nicht, es kommt noch zu mir, wo sie tut, das ist dieses Wesen, ja, ah, ah, fuck you, okay, los, das bringen sie, wie gut, okay, ich sage das mal, dass Leute, sie은 Karloch machen, prisch, da sind es nicht die, also我要 this man wants, um mich nicht zuvor, ja, das reden nicht, sie100, jetzt nicht eben nicht, und das ist dieaway-dene, sehr, 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 sehr klickend発stellbar wer, hier nur zu spüren mit zählen die doktor und insolid jubel nie mehr dritte wurde jetzt der doktor zu schock es sagt am nie gar nicht gay los jetzt kommt schon unser erster Boss fickt du-du-du du 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 you are blablabla und da ist Miserey wir werden sie später noch kennenlernen der wie sie kennen und höfst die Köln und die Produkte so wie früher und nur also sie denken sie ist aber sie ist gar nicht schön Lala ich kann nichts machen Paul Lugger dieser Toaster ist unser erster Gegner ha ha die Verlangen ist ding die blablabla kaputt machen die riebe brach so what's your deal um 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 I know it die 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 voll dumm wow man das war jetzt voll schwierig Just your weight ja wir werden den vielleicht noch später kennenlernen aber nur noch einheit ich sage nichts das war der Fall war jetzt kriegen wir Ding komische Teile das ist immer noch ein kleines 3 scheiß Boss ok ok jetzt müssen wir rein theoretisch nach oben glaube ich aber ich bin mir nicht sicher weil wir müssen mit diesem komischen Fuzzi da sprechen aber ich weiß nicht ganz genau wo das ist ich glaube dort hinten ja genau ja man ich kenne mich so gut aus what torx been kidnapped oh no i've got the kill das können wir da rein da werden wir auch etwas ziemlich brutales feststellen so brutal das ist komisches wenn ihr das oben beteiligt ich glaube dort ist der Schlüssel ok denken wir nur von hinten oh du scheiße ohne nein nein steht doch mal oh ja gut da gibt uns wenigstens solche Trajekte und so wie diese Spaß ne so los geht's ja was sind das für kleine Mimigas ich glaub das sind wir sind Tom Stone ich hab ja ich hab das ich glaube ich glaube habe ich gesagt ok ich glaube ich mache jetzt mal eine part schluss zu und ja wir sind uns das nächste mal aber ich spreche werden noch kurz kann man nicht speichern sie sind das wir dürfen wir können nicht sprechen und diese wo ist dann diese sprechen und gefunden aber da ist der sprecher gekommen davon durchgelaufen so leute danke fürs zuschauen bis zum nächsten mal und ich liebe euch